So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu der weltbesten Day-Trading-Strategie der Welt. Mein Name ist Victor Narbert und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Heute gibt es natürlich wiederum eine Besonderheit, was meine Ausbildung bzw. meine Schüler angeht. Und zwar, heute gibt es eins der wichtigsten Momente, denke ich, mein Leben eines Traders, die Erkenntnis, wenn man begriffen hat, dass man traden kann, wenn man verstanden hat, dass es funktioniert und dass es für sich selber persönlich das Vertrauen gewonnen hat, dass das System, was ich ja lerne, dass ich als Trader endlich in der Lage bin, Geld zu verdienen. Und wie das aussieht, zeige ich euch kurz nach dem Trades-Gespräch, die ich habe. Natürlich ist heute Wochenende, das heißt, ich präsentiere auch das Wochenergebnis. Kommen wir dann mal dazu. Wie gesagt, heute habe ich nicht getradet, hatte ich ja schon nach dem letzten, vorletzten Video gesagt, ja, dass die Woche war ein bisschen unruhig und habe ich die Finger davon gelassen, das traden, ja. Auch heutzutage habe ich mir zwar den Markt angeguckt, aber trotzdem nichts unternommen. Ich habe mich gerade mit einem meiner Stände unterhalten und natürlich ein bisschen gefeiert. Ja, ich komme mir mal direkt zum Wochenergebnis, sage ich mal. Ja, ja, wie gesagt, es gibt nur einen einzigen Trade, das war Mittwoch plus minus null Trade. Das ist die Session, damit man sehen kann, ja, weekly von Anfang der Woche bis jetzt gab es nur einen einzigen Trade, anwender 40 Dollar, das war wie gesagt plus minus null Trade. Somit beende ich die, ja, heftige Bilanz von 100% die Woche, ja, wie gesagt, ist nichts vielsagend die Woche, aber kann man als Urlaub streichen. Die Bilanz, ja, 54,41% in Dollarwerte sind das 24.263. So, das war kurz und knapp natürlich die Vorstellung von meinem Training, da gibt es das, was ich diese Woche gemacht habe, weil tatsächlich diese Woche habe ich mir oder weniger meine Studenten gewidmet. Und dazu möchte ich jetzt direkt kommen, ja. Im heutigen Video habe ich euch schon gezeigt, ja, so. Also, es gibt ja so drei Menschen, die in meiner persönlichen Begleitung, Ausbildung, ja, so mittlerweile sich fürs Training, Demo oder Live-Training qualifiziert haben und da sieht man ja immer die Charts, was ich so gemacht habe, ja, die Trades, die wir gemacht haben, zusammen oder eben jeder einzeln, ja, das waren die von gestern und heute zum Beispiel Marco war nicht da, aber Wilfried hat getraded, können wir uns mal kurz seinen Trade anschauen. Sekunde, da können wir uns mal seinen Trade angucken. Ja, ähm, warte mal, ich mach mal ein bisschen größer. Ein bisschen größer, genau. So, jetzt kann man hier besser sehen. Der erste Trade, den er hier gemacht hat, wurde leider unglücklich ausgestoppt, ja. Wie gesagt, der erste Trade war ein Verlust-Trade, hatte 100 Dollar Minus verloren. Ähm, paar Minuten später, hatte ich hier den zweiten Versuch gehabt und da hatte er sein Ziel erreicht. Ja, also wie gesagt, ähm, sie hat pfiffig schnell reagiert, hat sich von dem Verlust, sage ich mal, nicht wehren lassen. Ja, was eine, in so einem jungen Stadion, sage ich mal, wo man als Anfänger tradet und das ist ja gerade mal seine zweite Woche, glaube ich, seitdem er mit einem Live-Trading angefangen hat. Ja, und heute, warum wir das, warum das so ein, heute ein besonderer Anlass ist, ja. Für mich, für ihn, für Marco wäre das heute wahrscheinlich eher auch, na, weil der ist ja, wie gesagt, heute hat sich krank gemeldet. Das Bild werde ich später nachreichen, aber erstmal die Bilanz von Wilfried und zwar, wie gesagt, das ist seine Performance aktuell. Das ist die erste Woche, die er als konsistenter Trader absolviert hat, ja, also im Live-Trading, Live-Markt. Das ist seine erste Woche, ja, wie gesagt, es gab insgesamt sechs Trades. Einen hatte davor verloren, habe ich gerade euch gezeigt, den ersten Verlust und die anderen vom Vater gewonnen. Ja, er gibt eine Win-Rate in dieser Woche von 83%, ja, und einen Profit-Faktor von 8,1%. Und das ist das, was ich sagen möchte. Wie gesagt, von der kleinen Gruppe sind mittlerweile drei Leute, die bereit sind, ja, live zu trainen und die mittlerweile sogar nicht nur bereit sind, live zu trainen, sondern tatsächlich live zu trainen. Ihre Bilder, also die Trades zeigen und natürlich ihre Bilanz, wie sie mit dem Training umgehen, ne. Welchen Erfolge machen sie gerade. Und wie gesagt, auch so eine kleine Gruppe, so viele Menschen, dass sie das 1 zu 1 umsetzen können und direkt quasi in ihrer zweiten Woche ihre erste Woche als konsistente Trader feiern. Ja, wie gesagt, das kann kein Zufall sein. Es ist ein System dahinter und dieses System heißt nun mal Make the BB Secrets, ja. Für alle, die sich dafür interessieren, unter jedem meiner Videos gibt es eine Beschreibung, gibt es einen Link zum Strategiegespräch mit mir. Und da erkläre ich euch ganz genau, wie auch du, egal wo du bist, ob du erfahren bist oder nicht, erfahren bist, ob du seit Jahren Geld verlierst oder gerade neu an mit dem Training anfangen willst, ja, zeige ich dir und erkläre ich dir, wie du systematisch ein konsistenter Trader wirst. Denn erst, wenn du konsistenter Trader geworden bist, bist du in der Lage, den Zinseszins zu nutzen. Und den Zinseszins-Effekt, ja, heißt ja so viel wie, du tust immer dasselbe. Das heißt, wir traden nie mehr, als was wir jetzt aktuell tun mit einem Kontrakt. Und nur auf der Börse gibt es die Möglichkeit, seinen Umsatz zu verdoppeln, für zwei Zehnfachen und sogar zu verhundertfachen, ohne mehr dafür zu arbeiten. Und zwar, indem du einfach nur die Kontraktgröße erhöhst. Oder deine Positionsgröße. Von einem Kontrakt auf zwei Kontrakte, Umsatz verdoppelt. Von einem Kontrakt auf zehn Kontrakte, ja. Umsatz war zehnfach. Ja, und das ist quasi genau der Schlüssel. Nicht, wie überall in den Märkten erzählt wird, oder die ganzen Gurus erzählen, ja, du musst tausend Aktien analysieren, tausend Märkte traden, verschiedene Zeiteinheiten von morgens bis abends traden, ja. Das ist, wie gesagt, du wirst nur erschöpft, du wirst müde. Und die Wahrscheinlichkeit, ja, dass du tausend Trades gemacht hast und sehr hohe Tradinggebühren bezahlst, ja. Das nützt nur dem Broker, aber garantiert nicht einem Trader. Denn der Trader heißt Freiheit. Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben, das ist das Ziel, ja. Indem man viel Geld damit verdient. Aber trotzdem auch als Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und das kannst du nur, wenn du weißt, was du tust, als konsistenter Trader. Und deswegen, wie gesagt, alle, die sich interessieren, die es lernen wollen, es gibt noch zwei Plätze, sind noch frei für die persönliche Begleitung, ab jetzt bis April, ja. Oder Mitte April. Bewerbt euch. Dann haben wir gesagt, die Anfragen sind da. Was wollte ich noch sagen? Ja. Das war es eigentlich schon, ja. Das sind so die wichtigsten Sachen, die diese Woche passiert. Das wird gesagt, ich habe selber nicht getradet jetzt. Weil für mich war das einfach viel zu tun. Und andererseits, wollt ihr das Risiko nicht eingehen, ja. Jetzt in diesem sehr spekulativen Markt, damit zu trainen, das ist für mich, ja, hat mich ein bisschen zurückgehalten. Ja, und wie gesagt, an Ergebnissen meiner Studenten kann ich auch sehen, okay, es hat auch funktioniert. Aber wie gesagt, für mich, ich brauche den Stress nicht, ja. Als, sage ich mal, mehr oder weniger Neuling, ist man noch mehr interessiert. Es ist noch alles spannend. Ja, Adrenalin ist noch da. Und soll man sich auch natürlich damit auskennen, ein bisschen sich austauschen, ja. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt es noch was? Ach, übrigens, genau, so, falls ihr euch interessiert und falls ihr mich mit mir unterhalten wollt oder mit einem meiner Studenten und nachfragen wollt, ob es tatsächlich so ist, wie ich es hier erzähle, ja, mal eine Kundenmeinung hören, persönliche Kundenmeinung, dann könnt ihr natürlich in meinen Discord-Channel, ja, kommen. Mein Name ist, kann man das sehen? Na, zeige ich euch mal kurz. Das ist mein Nickname. Mhcdbb. Scheiße, Raute 8407, ne. Da könnt ihr mich quasi, wenn ihr Discord habt, in den Namen eingeben, dann findet ihr mich. Oder ihr geht auf meine Seite. Ähm. Ja. Opa, ein Telefon. Sekunde. Ähm, ja. Wie gesagt, da geht ihr auf meine Seite und da gibt es einen persönlichen Einladungslink. Und zwar tritt unsere Community bei. Wenn ihr hier draufklickt, werdet ihr automatisch mit dem Discord verbunden. Ihr habt eine Einladung dann in meinen Channel und dann könnt ihr weiterklicken und dann kommt ihr direkt in meinen Channel. Und wie gesagt, dann werdet ihr sehen. Da könnt ihr erst mal als neue Kunden, und sage ich mal, ja, wie gesagt, die persönlichen Inhalte werdet ihr hier nicht sehen können, aber ihr werdet auf jeden Fall mal Smalltalk sehen. Das heißt, wo die ganze Gruppe das sehen kann, auch ob du hier angemeldet bist oder nicht, ob du ein Kunde bei mir bist oder nicht, spricht keine Rolle. Und wenn du Lust hast, mit mir oder mit jemand anderem zu chatten und die gerade online sind, kannst du auch den Sprachchat für dich benutzen, ja, um dich mehr zu informieren, mehr Sicherheit zu bekommen. Und wie auch immer, ja. Lass dir die Gelegenheit dich hingehen, ja, komm, informiere dich, werden dein konsistenter Trader, lebe ein selbstbestimmtes Leben, ja, mit dem du hast Stress, mit dem du hast. In diesem Sinne, die Daumen nach oben, abonniere den Kanal, schreib was in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche. Und da trade ich auch übrigens, ab nächster Woche beginnt das Trading, ja, für alle, die es zugucken oder nicht, ab 14.30 Uhr. Das heißt, ich werde auch früher mit dem Video fertig sein. Ja, macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.